So, willkommen zurück hier bei Dead Island Quests wollte ich eigentlich hier, da haben wir wieder Nebenquests bekommen Wir sollen den, oh, gottlose Wesen Heißt die Aufgabe, ups, jetzt hatte ich was beim eigenen Hier eine, und neue Fähigkeiten gibt's auch Sag mal, wieso können wir eigentlich das nicht sehen mit den Aha, 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 Blutsbande suchen nach Quans Bruder Oh, 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 hier geht was Wir können wieder etwas sehen, Blutsbande Nach Quans Bruder sollen wir suchen Und zwar hält er sich hier auf Beziehungsweise wir haben jetzt, oh, hinter mir Was ist jetzt passiert? Oh mein Gott Ich räume gerade ab, Moment Hinten mir ist gerade alles runtergeflogen So, jetzt, also wir sind zum verlassenen Haus Ist das, haben wir da, ist das, schafft er irgendwie oder was? So wie's aussieht Ah Okay, dann können wir aber von hier aus nicht schnell reisen Aber den können wir vielleicht noch später abgeben Machen wir jetzt nicht So, also machen wir die Hauptquest weiter Ja, bin ich jetzt richtig? Tropfen um Tropfen Genau, die machen wir jetzt weiter Schauen wir uns das mal an Oh, da sind aber viele Zombies Da vorne Draußen Hier Oha Bleibt weg Da ist so ein Selbstmörder Ein Schlag Geil Einschlag Zum 50 Thema Einschlag Noch nicht Einschlag, dann wird es tot Oh fuck, was haben wir denn die ganzen Witzer hält jetzt hier? Ich hätte euch alle tüten sollen, wenn ich die Schamte hatte Weg Weg, weg, weg Geh mal ein bisschen reinhauen hier Ja, der haut den Wich rein, eher gesagt So, wie ist das? Oh man Ich sollte doch eigentlich Mist Na, aber hallo Das ist aber gut hier Da kommt auch noch eine Seite Und wird das nicht wieder an Ich habe die Horde, muss ich erst mal die Waffe wechseln So, ja, ich bin schon Weg mit Gut Mal kurz einsammeln, was wir hier zu kriegen Von denen Oh man So, 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 so Gut Genau, Waffe wollte ich wechseln Boah, die jetzt zu arg kaputt ist hier So Ähm Fähigkeiten Genau Fähigkeiten, gut Na, halten, Nahkampfschaden Minus 10% Wäre vielleicht mal kein Fehler Da Ich glaube, ich muss die Hütten hier Reparieren Und die Zombies Ringsrum Töten Die nochmal Mal einen West Eine West Und eine Zusammen Und dann müssen wir jetzt auch noch so ein Fettsack hier rum So Oh man, ey Aber der haut gleich zweimal Der Drecksack Oh nein Weg Weg Erholt aus Hör auf zweimal zu schlagen Man kann die so schlecht einschätzen, wenn sie sie uns schlagen, ne? Komm Oh nein, grad sag ich's noch Krieg voll eine mit Genau, geh weg Genau, geh weg Zack, zack, zack Und krieg wieder eine mit Na super Jetzt bin ich in die Flur Und hab 2.299 Dollar verloren Na toll Grad werde ich wiederbelebt Was passiert Kommt wieder einer von der Seite Und meint, er muss mich irgendwie hier Doof Da seh ich doch was Oh, warte mal Ich hab ne Idee Ich krieg den dicken Moment Ich krieg den Hab ich dir grad was erledigt? Ah Okay Gut Zumindest mal haben wir das geschafft Okay, es wird alles Nein, nein, du bist noch nicht fertig Ich muss hier grad gucken, ob hier noch irgendwo in die Gasflasche oder so rumliegt Oh, die sollte ich noch nicht haben Ich weiß wollen jetzt Haha Ja, ja Wir haben doch einfach mal die mit So, jetzt werfe ich die dem dicken am Kopf hin und da ist Ruhe Ja, wir können halt nicht schnell laufen jetzt bitte, aber Immerhin So Ja, ich weiß, der Wasserverlust ist nicht schön, aber Naja Ich glaub, wir können auch ein Fahrzeug nehmen Hat man gesagt, ne Aber jetzt will ich jetzt mal kurz den Fettzack hier Ein bisschen Weg räumen So, wo ist er denn? Mein Freund Komm Ah, da steht er ja Na du Na du Scheiße So, komm Ja, komm Du dreckiger du So, der hat fast kein Leben mehr Das war's Ah Du hast das Geld wieder eingenommen, was er mich gekostet hat Oh, da ist noch dem ein paar mitgegen hier Oh Er fühlt sich, ich stört jetzt hier So, die Tren zu machen So, und wie soll ich da jetzt ein Auto dafür nehmen? Bringt dir eh nix Die ist reales gesperrt Oh nein, ein Rammer Scheiße Und brennende Typen Der kommt bestimmt her, oder? Na Sie kommen alle hierher Sie kommen immer hierher Na, sie gehen ein Das ist schon mal gut So, die Dicken hier, die Na, den Dicken dann Müssen wir irgendwie auch noch machen Irgendwie halt Wollen wir dem hier Die Fresse ein Den hier auf Ah, nochmal Ja, prima Super, dass ihr auch da seid Können die nicht einfach umfliegen? Okay, sie sterben Gut Wir haben das Geld wieder eingenommen Wir werden uns jetzt mal dem Kampf stellen Sobald wir Mal nie Sag mal, das kriegst du nicht Au Wie, kommen wir denn sonst hin? Au 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 Ich komme nicht weg Bleib weg Toll, ich bin schon beleidigt Fast gestorben Jetzt schon wieder Ich kriege Jetzt brauche ich Irgendwoher was zu fressen Ich will es aber nicht zurücklaufen Sonst kommen wieder alle Fuck Zombies hier So Lört das jetzt auf hier? Okay Jetzt kann ich mich nicht um den da vorne kümmern Ich hoffe, da gibt es was Aber ich glaube, ich habe ein Medipack Da Benutzen Geht uns zumindest ein bisschen besser So, Rau mal, jetzt komm mal her Komm Komm Das ist jetzt das Gefährliche, weil die so Da kann ich mit dem Fuß treten Stimmt Wenn der Fall zu rett, das ist nicht gut, ne? Dann muss man aufpassen Also einmal rennen lassen, oder? Ist aber was? Haha Er ist am Haus stecken geblieben So, dann ein paar mitgeben Auf Distanz Rennen lassen Dann legt er sich etwas auf Über sich selbst Und wie beschissen sein Leben ist Aber echt Das ist wirklich einfacher Gut, auf Engl und Weise Das stimmt jetzt nicht einfach Aber Beziehungsweise Unkornierbare Komische Eingekettete Wurst Geht gut zu besiegen Oh, scheiße Wenn ich grad die Waffe am Anschluss So, das ist ja knapp Oh, jetzt haben wir Gut Perfekt Und er hat auch richtig gut Kohle dabei Also können wir den Branden auch ausstellen Perfekt Zum nächsten Essen So Da oben Ist vielleicht auch noch was zu futtern Ah, super Prima Das Leben ist wieder perfekt Oh nein Wir hatten sie super perfekt Wenn alles zu gekämpft Geh ein, du Arsch Ich glaube, ich muss noch meine Waffen ein bisschen verbessern Ein bisschen stärker machen Gut Gut Und ab zum Ah Und selbstmörder Die sehen so lustig aus So Da ist noch einer Nein Das ist jetzt nicht ein Schaden, merkt man schon Sondern die Ringe, aber Bemerkbar Oh Na ja, so lange wie ich pflanzt Bis der ganz angenehm war Was Ich hab grad einen gehört Ah, ah, ah Wir sind Feinde Die sind nicht gut Ich hab gedacht, das sind Freunde Nicht alle Menschen sind freundlich Oh, nicht schon wieder du, ey Ah, guck mal Das ist so hinterfotzig Der dreht sich um Und schon Hast du eine Gifresse, Mann Vielleicht, ob ich ihm irgendwie einen Arm abgehakt habe Oder so Holy Die sind echt schwierige Da ist so ein rabber-echten Witz dagegen Ich hab keinen Bock da Ewigkeiten Und rumzumachen Dann nämlich die Monotov-Cock Der ist für den Klar ist es effektiver Die zu benutzen Er muss kratzen Er kriegt einen Bürgerreiz Und tot ist er Ja, ihr braucht gar nicht rufen Ich komm eh nicht Hier schießt er gleich auf mich Ihr seid gar nicht brav Da ist ein Crafting-Tisch Und was zu essen In welchem rennen können Nein Da vorne ist noch einer Ist hier irgendein Rammer? Nee, auf uns selbst Oder Das ist scheinbar Oh, da nimmt mich Glammer noch ein paar mit Weg, weg Bleibt bloß weg von mir Wenn ihr brennt Das ist nicht gut Nächster Gibt's hier mit einem Elektrostock Auslaugend Was ist denn das? Wieder so ein Jetzt können wir das mal zumachen Bevor die da sind Oh, jetzt hat der mir Die waren nur schneller, ne? Oh, no! Oh, scheiße Die Zeit sterbe ich oft So, ich nehme mal den Stock hier Autsch Ich glaub, ich hab das geworfen So, ist gut Komm So, jetzt kann ich ausmachen Perfekt Und ab zum nächsten Wollen mich gar nicht um den Kümmern hier So Oh, selbst Oh, ich war zu nah dran Nein Nein Boah, das war jetzt fies Bedingt Bedingt hat's noch gespeichert Okay, die Runde kostet mich ganz schön Geld Kalibriert Revolver Scheiße Versuch mal durchzurennen Okay Hat geklappt sogar Nicht akklusiv machen die Jungs Nein, ein Rammer Okay, die Gasmasche ist gut schonmal Okay, schön, wenn das Feuer kommt Dass ich schon abfangen Brennen, jawoll So, die nächste So, das stinkt mir jetzt hier Mist Schon mal die Ausdauer Da können wir jetzt Lachen schön genügend da oben Um den Rammer kümmern Weil stark kümmern Und ich den Harden nicht abdrehen So einfach Wenn wir hier rumgeschwommen Oh Der Was ist Perfekt Oh ist aber die gasflasche von der anderen seite gekommen Nein, jetzt kommt er auch noch Komm, versuch mich zu rammen, komm Ja, sehr gut Perfekt So, jetzt kommt die gasflasche, komm, komm zu gasflasche Komm Jetzt kommt er nicht, wieso kommt er nicht Kommst du jetzt Der Depp Ich versuche hier irgendwie den Herzenkrieg Scheiße, voll von euch, scheiß auf das Teil hier Den krieg ich auch so tot Der ist ja easy So, erstmal hier gucken, dass wir die ganzen Gegner noch platten kriegen So Da rinnt hinterher, der sagt Geh weg Weg So, jetzt komm, renn So, jetzt kommen wir noch da Oh, nein, 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 sobald es gut wird, muss ich gucken, dass ich wegkomme Das ist nicht so gesund Das ist nicht so gesund Das ist nicht so gesund Und weg ist er Und zuwiedrehen Immer diese Wasserverschwendung hier So, und zum nächsten Oh, Alkohol Okay Mh, hm Mhm Mal kurz neu ausrüsten Stole lassen wir treten So Messer Wir müssen gucken, dass wir vielleicht demnächst wieder... Was ist denn das für ein Scheiß? Sicher, dass es ne Waffe ist? Oh mein Gott. Können wir was futtern? So, und weiter. Wir müssen ignorieren, solange er nicht auf uns losstürmt oder rennt oder sonst irgendwas tut. Lass mit ihm einruhen. Autsch! Ach jetzt? Das war einer, wo... Wo rennt? Mixer! Weg hier! Weg hier! So. Ah, jetzt muss ich mich um euch auch noch kümmern, oder? Au! Ich hab doch keine Zeit! Autsch! Du lauf weg, genau! Ok, er geht. Du bleib mal kurz ganz unausfällig hier still! Geh weg! Genau! So, du bleibst auch da unten. So, der ist schön langsam, den können wir da wegbekommen. Sonst ist nix dabei, was uns hier irgendwie... Soll. Ist das wichtig, wo die Gasflasche oder so? Ich kann jetzt mal nirgends was ziehen. Ich glaube, ich zieh sie mir mal kurz da rüber. Dann kann ich die kurz da drüben platt machen. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Also, kommt alle her. Ich werde dann eh kurz versuchen, den anderen. Keine Ausdauer mehr. Gattelie. Oh, voll, jetzt kommt nochmal eine. Muss das sein? Gerade keine Ausdauer mehr. Ja, und das... So, ich mach mal irgendwie frettig. Geh ihm hier auch gleich noch. So. Jetzt das mal aufrollen hier. So, du bleibst auch mal liegen. Nicht aufstehen. Nein. Nächste. Wer will noch aufstehen? Keine mehr. Gut. Jetzt müssen wir den kurz hierher locken. Ja, ja. Ja, gibt es. Okay. Jetzt werden wir wirklich hier noch. Jetzt müssen wir arbeiten. So, dann locken wir den mal kurz an. So, jetzt können wir mal auf die Suche ausmachen. Gut. Perfekt. Hä? Muss ich da rein? Echt jetzt? Ah, muss ich jetzt der Meldung machen oder was? Ähm. Scheint so. Oh. Gute Gott, D self's. Wasser will help us to survive these dark days. And better serve our Lord and Savior. Your good deeds have reignited hope in the hearts of those who survive to serve the Lord. When the end of days began, the people were afraid. Many panicked and rioted. Stores were looted. There's nothing left here, you will have to search in the wealthy part of town. Leider gibt es keinen guten Weg, da zu kommen. Die Wehrer wollten nicht, dass die Pferde zu nehmen, was von ihnen war. Also haben sie alle Brüder verletzt, sich aus dem Rest der Stadt entfernt. Ich weiß nicht, ob ihr die Welt zu retten möchtet, oder es runtergebracht. Aber bis Zeit endet, können wir immer die Innocenten retten. Einer unserer Flock, Joseph, kennt den Weg. Er wird dir helfen. Aha, Fleischköder. Dankeschön. Was? Hör, Laura, die Orphan-Gerl, die ich euch erzählte, hat 104 Fieber. Sie ist delirisch. Ich glaube, Bobby versucht, sie zu töten. Die Leute beginnen mit Panik. Sie denken, sie ist infektiv. Sie ist nur 10 Jahre alt. Und sie wollen sie tot. Ich weiß nicht, du machst dein Bestes, Freunde. Aber Zeit läuft. Jede Minute kann es.